klick klick talk der fotografie und kreativ podcast ich bin chill und du hast gerade die erste ausgabe vom klick klick talk meinem neuen podcast über fotografie film und vieles andere kreative bevor wir richtig loslegen mit der ersten richtigen ausgabe dachte ich stelle mich einfach mal kurz vor nichts langes aber vielleicht besser als direkt mit interviews zu starten damit ihr wisst mit dem ihr sie zu tun habt also kurz zu mir ich bin till ich wohne momentan im wunderschönen greifswald in mecklenburg-wurpermann an der ostsee quasi tja und ich studiere politik und geschichte und bin quasi wenn ich nicht gerade studiere nur hinter der kamera ich fotografiere ich filme eigentlich mache ich alles was irgendwie fotografisch oder filmisch ist ich probiere mich aus macht das ganze kommerziell aber auch genauso in meiner freizeit zum spaß bei vielen freien projekten außerdem bin ich für die universität greifswald als fotograf tätig und erlebe dort relativ viele verschiedene aufträge sowohl normale pressetermine bei denen porträtfotos gemacht werden müssen aber auch spannende reportagen bei denen ich wunderbare einblicke in die vielfältige welt der wissenschaft bekomme hauptsächlich findet ihr fotos von mir bei instagram genauso auf meiner facebook seite die vielleicht mal wieder aktualisiert werden sollte und auf meiner normalen website tilljunker.de aber das wisst ihr weiter nicht schon sonst würdet ihr diesen podcast nicht hören der größte antrieb für mich ist momentan dass meine zeit in greifswald so langsam dem ende naht was hat das mit dem podcast zu tun ganz einfach ich habe hier in dieser kleinen aber feinen stadt viele andere kreative menschen kennengelernt einige kenne ich gut einige kenne ich weniger gut und diese ganzen leute haben alle irgendetwas mit fotografie zu tun oder mit film oder sind anderweitig kreativ anders genug finde ich um sich mit diesen leuten einfach mal ganz entspannt zusammenzusetzen und über diese große leidenschaft die fotografie zu reden aber auch über vieles andere wie kamen die jeweiligen personen zur fotografie was macht fotografie aus deren sicht aus und so weiter und so fort einerseits möchte ich den podcast nutzen um kreative leute vorzustellen andererseits hoffe ich dass dadurch eine kleine vernetzung stattfindet und abgesehen davon finde ich es einfach total spannend mit leuten ins gespräch zu kommen und die fragen zu stellen die man vielleicht sonst beim normalen small talk nicht unbedingt stellt denn schließlich hört bei diesem podcast immer jemand zu und das seid ihr und eigentlich sollte das ja auch eher für euch sein und weniger für mich naja vielleicht doch auch ein bisschen für mich wir werden sehen klar der fokus sollte im bereich der fotografie liegen aber wenn ich andere spannende persönlichkeiten kennenlernen die im weitesten sinne irgendwie kreativ sind finde ich das auch voll okay wenn ich die mit einbeziehe sicherlich werde ich hier in greifswald noch die ein oder andere person interviewen aber der fokus wird nicht ewig auf dieser stadt liegen nein ich kenne auch viele andere kreative leute und ich hoffe dass ich mit diesem podcast die möglichkeit habe einfach noch mehr über ihre arbeit zu erfahren und diese ganzen infos mit euch teilen kann denn das macht es ja doch irgendwie aus ich persönlich höre total gerne podcasts von fotografen mich fasziniert die wissensvermittlung die einerseits bei podcasts möglich ist und andererseits ist es auch einfach eine tolle form der unterhaltung und da eh gerade irgendwie jeder seinen podcast hat mache ich jetzt auch einfach mit schließlich wollte ich schon als kleiner junge immer irgendwie radio machen und jetzt mache ich das ganze quasi etwas seriöser und es ist nicht mehr ganz so nerdig wie mit 14 jahren naja so viel also zu dem was mich antreibt und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim hören der weiteren folgen